Servus und herzlich willkommen bei MG BBQ. Heute machen wir Fridas Geheimnis. Ihr kennt Frida nicht, dann tut es mir echt leid und in der Seele weh. Frida kennt jeder. Frida ist eine absolut sexy, schöne Frau, die wo richtig geil kochen kann. Und da haben wir ein richtig geiles Geheimnis, nämlich Fridas Geheimnis. Und da machen wir das Gericht jetzt. Ihr kommt jetzt näher her, da zeige ich euch die Zutaten und dann let's go. Richtig schnelle Geschichte. Hier haben wir Nudeln vorgekocht. So kleine, keine Ahnung wie man die nennt, nimmt einfach so kleine Nudeln wie, keine Suppennudeln, aber halt so kleine. Wichtig, Nudelwasser braucht man, nicht wegschütten. Hier hatten wir 500 Gramm Rinderhackfleisch, mittlerweile sind es noch 350. Der Rest ist bei mir drin. Tomatenmark, bisschen Paprikapulver, Pfeffer, Salz, Knoblauch, 10, 2 Stück. Eine rote Zwiebel, 2 Spitzpaprika, hier haben wir Knuffilja. Und das Ganze machen wir im Dutch Oven. Hier hinten haben wir es angezündet. Wir brauchen jetzt brutale Hitze erst mal. Dann packen wir den Dutch Oven hier drauf und machen hier mal richtig Schub. Oh, siehst du mal wieder nicht? Andersrum, oh falschrum. Jawohl, jetzt brauchen wir richtig Dampf. Dann nehmen wir einen Schluck Öl und tun das mal schon mal rein. Ihr würdet sagen, wir fangen an mit den Zwiebeln an zu rösten. Hackfleisch. Guckt mal, das hat richtig Schub, richtig Dampf, richtig geil. Ihr wollt die komplette Anleitung, wie man eine Feuertonne macht, mit Gasbetrieb, gibt es hier als Link. Aber wie gesagt, wenn ihr sowas baut, ist immer die eigene Verantwortung. Belest euch vorher, baut nicht einfach sinnlos irgendwas, sondern belesen. Und wenn ihr euch sicher seid, dann macht ihr das. Weil ihr müsst mit allen Gefahren leben, was passieren kann. Genau. Dann würde ich sagen, wir fangen schon mal mit Würzen an. Hier, Esslöffel Paprikapulver, komplett rein. Bisschen Pfeffer. Gewürze immer abschmecken, wie ihr Bock habt. Da gibt es keine Linie. Die anderen mögen mehr Salz, die anderen weniger. Also von daher, macht es da ein bisschen rein, wie ihr Lust wollt. Äh, wie ihr Lust wollt. Wie ihr es einfach haben wollt. Ihr wollt aber das ganze Rezept nachlesen oder sogar ausdrucken. Hier unten wird es eingeblendet. www.mgbarbecue.de Da kommen alle unsere Rezepte rein. Und da könnt ihr es ja nachlesen und ausdrucken. Die ganz alten sind nicht mehr drin. Also da haben wir es einfach, ähm, nicht mehr geschafft, die nachzuholen. Aber die ganz neuen, ich glaube, die letzten eineinhalb Jahre sind, oder zwei Jahre, sind auf jeden Fall safe drin. Jetzt würde ich sagen, kommt unsere Paprika schon mal rein. Lassen wir es kurz anschwitzen, anbrutzeln, unsere Paprika mit unserem Hackfleisch. Und ihr merkt schon, das wird eine richtig schnelle Geschichte. Fünf Minuten sind jetzt rum. Jetzt fangen wir an, unser Knoblauch rein zum Pressen. Da brauchen wir unsere Knobfilia. Ihr wollt auch so eine mega geile Knoblauchpresse. Dann kauft euch die. Ganz einfach. Guck mal, wie die spritzt. Oh. Zwei Knoblauchzehen. Zwei Teelöffel Tomatenmark. Eins. Zwei. Also das waren jetzt keine Teelöffel, sondern Esslöffel. Rühren wir das Ganze unter. Was fehlt jetzt noch? Genau. Unsere Nudeln plus Nudelwasser. Also da packen wir jetzt unsere kompletten Nudeln mit dazu. Ist das 400? Nee. Ein Schluck Nudelwasser. Circa so. Ja. Perfekt. So werden wir das haben. Jetzt kommen unsere Nudeln mit dazu. Und wir haben uns jetzt gerade ein bisschen entschieden, ein bisschen Bums da rein zu bringen. Wenn wir schon nicht bumsen, machen wir ein bisschen Bums ins Essen. Da haben wir die schöne Soße von Alex bekommen. Die hat ein bisschen Schärfe. Also wir machen jetzt mal rein, oder? Du sagst Stopp. Okay. Stopp. Okay. Du wirst es einfach rein. Ja, ich wusste nicht, dass du gleich so anfängst. Ich wollte erst gar nicht hingucken. So. Ich würde sagen, Fridolins, nee, Frieda. Frieda ist Geheimnis, es ist fertig. Guck dir das an. Boah, das riecht schon scharf. Ich glaube, das war ein bisschen mal wieder übertrieben. Aber das ist so mein Leben. Mein Leben besteht nur nach hoch und weit und viel. Und von daher lassen wir das Ganze jetzt noch ein bisschen aufkochen. So zwei, drei Minuten. Und dann sind wir auch schon soweit. Ihr wollt, wie gesagt, das ganze Rezept nachlesen. Könnt ihr das gerne tun. www.mgbarbecue.de Oder ihr wollt auf Instagram uns folgen. Dann auf mg-barbecue. Ihr wollt auf WhatsApp uns folgen. Gibt es natürlich auch. Macht die Infobox auf. Da steht, macht da allgemein die Infobox unten auf. Da stehen alle Informationen drin. Wer uns ein bisschen verfolgt und auch das gern mag, macht die natürlich auf und folgt uns ein paar. Wer sagt, boah, das hat ja gar keinen Bock. Lässt einfach bleiben. Vollkommen in Ordnung. Ich würde aber sagen, wir machen jetzt das Gericht runter. Oder? Bevor wir jetzt noch weiter irgendeinen Scheiß labern. Wenn wir das Gericht jetzt mal runter. Heiß! Hast du? Du hast doch nicht gehört. Doch! Mal wieder. Das ist nicht normal. Das ist wie Homer Simpson. Das ist ein... Oua! So. Hallo Lucy. Du musst dann schnell hier hin. So. Aua! Das war... Ja, ich dachte, das geht. Das ist nicht heiß. Ja, nee, nee. Das ist ja... Das ist heiß. Aber... Wir kochen ja gerne kalt. Ja, eben. Ich würde aber sagen, ich tue das jetzt schon mal hier rein, oder? Schön auf dem Teller. Schön auf dem blauer Teller. Boah, das riecht scharf. Boah, das war zu Hölle. Friedas Geheimnis. Ein richtig geiles Gericht. Ich freue mich drauf. Gordon kommt jetzt nämlich neben mir. Und dann verköschte ich mir das ganze Ding. Ich habe ein bisschen Angst. Weil ich habe von dem hier, von dem scharfen Zeug ein bisschen viel rein. Da läuft aber was runter. Ich weiß es nicht, ob es so geil schmeckt. Aber egal. Gordon kommt jetzt vor die Kamera und dann probiert. Meine Freunde. Schnuffes. Schnuffel-Linzchens. Und die, die es auch noch werden wollen. Ihr wollt eine Schnuffel-Armee? Dann seid ihr bei uns genau richtig. Schnuffel 1, Schnuffel 2. Und wir brauchen eine ganze Armada. Du hast einen ziehen lassen gerade. Das hast du gerade so. Also ob ich sowas machen würde. Test, Test. 1, 2, 3. Sehr wunderbar. Sag es. Sehr wunderbar. Hier ist es. Friedas Geheimnis. Ein richtig geiles One-Pot-Gericht. Ich habe ein bisschen Angst. Also einen schönen Löffel haben wir gesagt. Viel hilft viel. Und guten. Ich habe viel mehr wie du. Du bist ja auch kleiner. Ja. Nur scharf. Aber gut essbar. Aber scharf. Lecker. Aber es brennt ein bisschen. Das stimmt. Aber man hält es nur aus. Aber auch so sehr, sehr lecker. Ich feiere die kleinen Nudeln dazu. Das ist einfach absolut perfekt. Passt super auf den Teller. Und auf den Löffel auch. Was jetzt aber noch richtig geil wäre. Meine bessere Hälfte hat noch einen Joghurt. Tipp dazu gemacht. Das war natürlich richtig geil. Einfach ein bisschen Joghurt. Ihr macht einfach Joghurt oder Crème Fraîche dazu auch. Sehr geil. Aber geil ist es geht. Und geht total schnell. Voll. Wir haben sogar mit Filmen insgesamt nur 15 Minuten gebraucht. Und das heißt was bei uns. Das heißt was. Also von Anfang an bis zum Ende. 15 Minuten war das Ding fertig. Also du schaffst es auch wirklich in 10. Also wenn du ein schnelles Essen suchst, machst du dieses Dutch Oven-Gericht auf jeden Fall nach. Wir bedanken uns für deinen Support. Da oben steht es. Liken, kommentieren und abonnieren. Würden wir uns mega drüber freuen. Und dann sehen wir uns wieder immer am Mittwoch um 16 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr. Und der Manuel hat vorhin schon gesagt, das ganze Rezept kannst du downloaden. Auf mgbarbecue.de, auf Instagram kannst du uns folgen. Und auf unseren WhatsApp-Kanal. Ich will bloß schnell hinmachen, damit wir hier auch das alles noch schaffen und warm essen können. Wir sehen uns wieder. Das nächste Mal. Wenn es wieder heißt. MG Barbecue.